wir bestellen den ganze acht fahrzeuge zur verfügung und lassen zwei hier würde ich so mal sagen was zieht ihr denn jetzt alle die gebäude hoch ihr könnt mich mal so acht wagen werden hoffentlich reichen und werden den verkehr auch noch mal richtig verstocken wahrscheinlich das regt mich auch schon wieder auf ich spiele bestimmt schon eineinhalb stunden bestimmt okay 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 so denke mir sie will hier mal schön abreißen Herrgott nein die ganze will alle da wird es auch schon viel schöner gleich das gebiet hier umweltschonen da zum erhöhen der lichte jetzt ist aber genug platz da ist ganz wenig erzählen du kannst du mir nicht erzählen dass nicht genug platz da ist baue aus ich warne dich ich setze dir die Pistole auf die Brust na also Herrgott nochmal was 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 ja natürlich mangel an arbeitern wie immer 47 prozent moment mal 5,3 Leute aufhören auszubauen das ist gerade gar keine gute idee damit ich bin ich bin davon überzeugt dass ich hier kleine atomkraftwerk hinsetzt das wird immer weniger oder und das dauert so ewig mit diesem erforschen was ist denn los mann ich lese da irgendwas vorher das unglaublich das ist mangel an arbeitern natürlich was willst du ich wünsche immer mal zuvor für die später große messe wo baustelle eine große messe aha du liegers dinosaurier weibchen maxis man weltgrößtes ball knall wirklich nett kult städte kirche diese malärische kirche ist schön stil gelegen schön stillgelegen schiffchen kult städte strömen und diese mit einem leuchtenden augen wieder verlassen aber vorsicht du sollst keine kirchen planieren ja geil no mit tempel aber ich kann die scheiße nicht planieren also lachen das ist lieber messegelände besucherzahl alter leck mich am arsch was denken die eigentlich groß die karten sind ja einfach mal die halbe stadt weg rasieren oder was ganze knicken alter ich habe das gefühl dass strom wird nichts mehr leck mich am arsch wirklich das gibt es ja nicht jetzt nicht mal mehr wasser das ist doch ein scherz ich mache jetzt ein atomkraftwerk auf ist mir egal nein ich mache keine atomkraftwerk auf ich mache da ein riesen windpark verdammt ich möchte auch riesen wasserpark damit ich meine anderen zwei städte mit wasser versorgen kann das so ein armuts zeugnis so so na toll um leitung ja ist okay plus 1 8 geil wie lange kann ich da jetzt warten bis ich 10.000 habe das kann man ja ganz leicht erreicht circa 5000 leck mich am arsch das gibt es nicht wirklich toll da kommt das geld darüber jetzt her okay das gilt es da danke okay dann können wir jetzt ja wenigstens hier die gebäude aufziehen das hier ist der gewerbering um den sich aber um den sich die kunden wimmeln sozusagen also kommt es runter raus hier schon hier du raus du bist du okay so geht das doch schon mal besser da haben wir wenigstens ein plus ja die kommen ja gerade alle die hersteller von frachten junge hallo ich bin ein hersteller von frachten an der amsel nein sie haben wohl eine meise nein an der amsel hahaha ach gottchen wie ich hier gerade wieder auf dem stuhl sitzt das top noch mal so immer noch nicht genügend hersteller von frachten nach so rüsten wir das jetzt mal mit den sachen aus wo geht ich weiß das können wir uns eigentlich gar nicht leisten was ich hier mache ist ja alles sowas von geplant das könnt ihr mal glauben so so huch da will sich mein fernseher abschalten das geht ja gar nicht jetzt haben wir aber ein ordentliches plus ok ah wasser natürlich noch wasser könnten wir genau sowas machen kostet zu viel brauchen wir nicht das sind wassermengen die wir brauchen sind ja auch schon zugeschaltet ich meine die müssen ja laufen naja von wegen die laufen geschlossen hier werden mitarbeiter gesucht aber es kommen keine jetzt dauert das ewig her gott das heißt hier nicht genügend hersteller von frachten wir haben noch ganz viele hersteller von frachten mann 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 her was denn ja also so und jetzt ist so nach sterren hau fällen nutzen den straßen assistent um die dicht ihrer stadt zu maximieren das ist wohl nicht mehr ganz dicht alter muss ich mal den straßen assistenten anrufen null verbrechen verübt das nicht ja klasse und wir kommen immer mehr ins plus das finde ich auch klasse und das überhaupt nicht umweltfreundlich das finde ich scheiße ist das eine hightech fabrik alter oh das riesige spielbereit das finde ich ja klasse ... ... ... ... ... ... ...